Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge. Heute bauen wir den Keller fertig und werden uns in den Boden bauen, also eine Mine eröffnen. Da hinten haben wir falsch gebaut. Nein, so geht es nicht. So geht es nicht. Das hier weg. Das hier weg. Wunderbar. Und eine Steinmauer dahinter. So. Sehr schön. So. Und jetzt hier noch das Holz hin. Sehr schön. Besser, besser, besser. Wunderbar. Dann noch ein paar Kisten. Einmal. Zweimal. So. Und hier noch so. Zwei rum. Gut. Ein paar Kisten haben wir. Und der Raum ist fast schon fertig. Als nächstes wollen wir uns runter bauen. In die Levelgrenze. Was brauchen wir dafür? Ganz einfach. Nichts. Im besten Fall nichts, weil wenn wir sterben, verlieren wir nichts. Jetzt. So. Das ist schon mal sehr gut. Ein paar Steine sind egal. Und wir bauen uns eine Leiter brauche ich noch. Da brauche ich noch Holz. Und ich bin gleich wieder da. Ja, hallo. Ich habe das Holz gesammelt und bin bereit für unseren Trip. Essen werden wir noch was. Eine Kleinigkeit zum Essen noch. Und Steak wäre angebracht für so eine schöne Reise. Yum, yum, yum. So. Wie machen wir das? Also wir haben jetzt ganz viele Spitzhacken. Ein paar Äxte, ein bisschen Holz und ganz viele Leiterleiter. Ist ganz wichtig. Wir machen jetzt was, was nicht sinnvoll ist. Aber wir machen es ja trotzdem. Weil wir können es. Wir graben uns raus. Oh, da geht es ja schon runter. Ich würde sagen, dann würden wir hier dunkles Holz verarbeiten. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und hier eine Leiter. Auch sehr schön. Und dann graben wir uns hier runter. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Mit ein bisschen Glück bis zum Boden. Oder wir sterben. Vielleicht sterben. Mal schauen. Wenn wir in eine Höhle kommen, sterben wir auf jeden Fall. Wenn wir in Lava kommen, sterben wir auch auf jeden Fall. Also, mal schauen. Wie viel Glück wir heute haben. Geht noch? Noch? Habe keine Angst. Ich habe keine Angst. Nur ein bisschen. Fast keine Angst. Ja, und wir haben es geschafft. Wir sind unten. Wunderbar. Wir graben uns jetzt in alle Richtungen ein bisschen frei. Wir brauchen eine Fackel. Haben wir eine Fackel? Ja, wir haben eine Fackel. Und wir platzieren diese. So, das ist unser unterster Punkt. Und da oben ist unser Häuschen. Sehr schön. Und jetzt brauchen wir die Leiter. Und jetzt gehen wir wieder rauf. Ganz einfach. Und voilà. Zugang zu unserer Hühne ist fertig. So einfach. So schön. So schön. Sehr schön. Gut gemacht. Wunderbar. Dann lasst uns noch mal runtergehen und wir minen ein bisschen gemeinsam. So, ein schöner langer Weg. Lass uns nach unten gehen. Jetzt na, lasst los. Sehr schön. Jetzt brauchen wir unsere Haupthalle. die bauen wir hier so rauf. Und noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Und noch ein bisschen. So, wir zählen jetzt elf oder vierzehn. Was nehmen wir diesmal? Wir nehmen elf. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sieben, acht, neun, zehn. Und die elf. Und das wird unsere Minen Aushebehöhe sein. Das ist jetzt hier. Dann graben wir uns seitlich. Und wieder zurück zu der Leiter. Bauen wir uns einen kleinen Vorraum. Haben wir Schaufeln, haben wir auch mit natürlich, falls wir auf die Erde stoßen. So. Und da wir hier jetzt große Schanzen auf Diamanten haben, werden wir jetzt Diamanten suchen. Oder auch Eisen oder auch Gold. Brauchen wir eh alles. Alles, was wir bekommen können. Sehr schön. So, Holz sparen wir uns. Da gibt es genug Erde. so. Rechts mal raus bauen. Rechts kennzeichnet unseren Weg nach draußen. Immer der rechten Fackel folgen. Und beim Wegbauen bauen wir sie links hin. Wir bauen jetzt einen Gang in die Erde in den Stein und eine Fackel auf der linken Seite. Und so graben wir uns einige Minuten lang nach vorne und hoffentlich finden wir bald was besten Fall Diamanten. Schön, 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 schön. So, wenn wir diesen Gang hier nicht mehr benutzen wollen, drehen wir uns um und folgen den rechten Fackeln Richtung Ausgang. Ja, sehr schön, Ausgang erreicht, so. Dann fahren wir uns weiter in den Gang in den nächsten rein und hier ist auch schon Eisen sehr schön Eisen aber nur eins ok ich baue gerne nicht zwei nicht drei nicht vier sondern mit fünf Abstand die nächste Mühle es hat bis jetzt immer Glück gebracht hier ist auch schon Kohle sehr schön können wir auch gebrauchen und wir bauen unsere Fackeln wieder auf der linken Seite auch hier links und somit vierte Weg wieder nach draußen so verlaufen wir uns nicht und keine Diamanten leider aber vielleicht beim nächsten Mal so komm ein Diamant wäre schon schön nein leider nein und Eisen sehr schön hier ein schönes vorkommen ja wunderbar das reicht auch schon gut das war für heute die Mine und beim nächsten Mal geht es oben wieder weiter bis zum nächsten Mal Tschüss